Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Death Stranding Director's Cut. Ja, in der letzten Episode haben wir ja diesen echt krassen Pondok gehabt. Und jetzt sollen wir hier dieses Moffin zur Präsidentin bringen. Ja. Dankeschön. Mal schauen, was die für uns hat. Okay. Äh. Okay. Äh. Okay. Wir müssen da hin. Wir können das auch so drehen. Wir können auch reinzoomen. X-Marker setzen. Machen wir. Genau. Da mal ein Marker. Da ein Marker. Mal schauen, ob wir das dann sehen. Aber so weit ist es ja auch nicht. Okay. Sehe ich das jetzt hier? In-Game. Nö. Okay. Ich glaube, ich wohnt keiner mehr. Was war das? Ja. Schau auf deinen Kompass, um zu überprüfen, ob deine Marschrichtung stimmt. Er lässt dich nie im Stich. Vorausgesetzt, dass du ein Ziel hast. Ja, ja. Was drückt, gedrückt haben wir, um den Kompassmodus zu öffnen. Ah. Okay. Ja, und so, wie ich das jetzt verstanden habe, hat es die ganze Stadt da hinten wegradiert gehabt, als diese Weiche gestorben ist. Im Central befand sich nicht nur das Brinches-Ark. Die Stadt war auch der Sitz der Wiederaufbaubewegung. Hätte die Präsidentin nicht einer Spezialbehandlung bedurft, wäre sie nie fortgegangen. Und wäre sie geblieben, hätten wir das auch getan. Okay. Okay. Address for bridges only. Wie gesagt, ihre Vitalparameter weisen alle in die gleiche Richtung. Sie wird also nicht mehr gesund? Ich denke nicht. Nein. Gut, wir sollten Vorbereitungen treffen. Sam. Ich bin's. Dead Man. Tut mir leid. Mein Fehler. Ich fürchte, der Zustand der Präsidentin hat sich verschlechtert. Vielen Dank. Das wird ihre Schmerzen lindern. Damit sie vor ihrem Ende nochmal mit dir reden kann. Strand. Die erste und letzte Präsidentin der Vereinigten Staaten. Du erinnerst dich doch an sie. Sie zog dich groß. Das ist keine Kleidung für ein Familientreffen. Zieh das aus, bevor du reinkommst. Okay. Ja, okay. Das war wieder die Lieferung. Das, glaube ich, können wir mal automatisch überspringen. Na, komm. Ja, weiter. Alles gut. Das ist die rechte Hand der Präsidentin. Der Direktor von Bridges. Dei Hartmann? Oh, du warst bei Bridges 1. Gut. Dann muss ich euch wohl nicht vorstellen. Wie lange ist es her, Sam? Zehn Jahre? Sieh uns nur an. Zwei unsterbliche Freaks treffen sich hier. Naja. Freut mich, dich zu sehen. Die Präsidentin wartet. Es ist deine Mutter. Bridget. Sie ist etwas neben der Spur. Aber sie erkennt dich ganz bestimmt. Frau Präsidentin, Sam ist hier. Wir lassen euch beide allein. Sam, ich wusste, du kommst zurück. Geht es dir gut? Ja, ich weiß, du hasst mich. Amelie. Amelie? Du weißt, dass sie nach Festen ging. Sie hat drei Jahre gebraucht. Sie will das Land wieder aufbauen. Die Sache lässt euch nicht los. Hm? Eigentlich wollte ich dich schicken, Sam. Die Zeit läuft ab. Hilf, Amelie. Sie braucht dich. Gemeinsam könnt ihr uns wieder verbinden. Ihr zwei könnt Amerika retten. Sam, wenn wir nicht alle wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit das hier nicht. Wir brauchen kein Land. Nicht mehr. Oh doch, allein haben wir keine Zukunft. Nein, Amerika ist am Ende. Bridget, du bist die Präsidentin von Garmin. Sam, hör mir zu. Bitte. Bitte. Du willst mir also doch helfen. Na, nicht. Ich liebe dich, Sam. Ich werde am Strand auf dich warten. Frau Präsidentin! Oh nein. Okay. Doktor, wir brauchen Ihre Hilfe. Alle auf Position. Kammerflimmern, ich brauche 150 Milliliter. Sie reagiert nicht. Bleiben Sie bei mir. Räumen Sie bitte. Holzfilter. Ruhig halten. Wir verlieren Sie. Todeszeitnoten. Verdammt. Todeszeitnoten. Todeszeitnoten. Todeszeitent. Was das jetzt bevorstehst du? Todeszeit ؟ Todeszeitnoten. Todeszeitant. Hör zu. Niemand darf wissen, dass die Präsidentin tot ist. Wenn das rauskommt, ist Bridges geliefert. Was hier passiert ist, verlässt diesen Raum nicht. Klar? Ja, Direktor. Aber was ist mit der Leiche? Ohne die Leichenentsorgung... Darum kümmern wir uns. Sam. Vor ihrem Tod schloss die Präsidentin einen Vertrag mit dir. Was soll das heißen? Als Mitglied von Bridges wirst du uns dabei helfen, Amerika wieder aufzubauen. Ihr glaubt, ihr könnt mich rekrutieren? So wie sie es versucht hat? Sie war erfolgreich. Dein Handgelenk. Wenn das kein Symbol ist, dann weiß ich auch nicht. Direktor, der Krebs hat ihren ganzen Körper befallen. Die Entnahme von Organen ist unmöglich und eine Autopsie nicht notwendig. Ihr Körper muss verbrannt werden, ehe sie nekrotisiert. Und tun wir es nicht, wird dieser Ort der nächste Krater. Und was soll ich da? Wir haben momentan keinerlei Boten. Und die Leichenentsorger, die bei dir waren, sind tot. Doch die Leiche der Präsidentin muss verbrannt werden. Der Leere Sturz hat die Straße von Capital North City zum Verbrennungsofen zerstört. Nun geht es nur noch zu Fuß. Durch die Berge. Aber die chirale Dichte dort ist extrem hoch. Das müssen GDs sein. Dieser Job setzt einiges voraus. Dooms. Wiederkehrer. Ich also. Warum? Sam, du bist bereits im Dienst. Jetzt mach deinen Job, Sam Porter Bridges. Schon hart. Da stirbt die Mutter und dann darfst du auch noch die Leiche entzogen. Aber was ist zwischen denen gelaufen, dass das Verhältnis dort so gestört ist? Und vor allem, was ist es, dass er das überhaupt nicht mag, dass er angefasst wird? Darf ich etwas sagen? Präsidentin Strand glaubte an den amerikanischen Wiederaufbau. Sie scheute keine Mühen, um die Nation wieder zu einen. Und ohne sie gäbe es Bridges nicht. Sie verdient eine ehrenvolle Bestattung, die wir ihr versagen müssen. Wenn sie stirbt, stirbt Amerika. Ohne sie wird Bridges untergehen. Hör zu. Ihre Einäscherung muss unter höchster Geheimhaltung erfolgen. Selbst wenn das klappt, was dann? Wer ersetzt sie? Sie zahlen. Amerikas Geschichte. Sam, Amerika ist noch nicht tot. Er sagt doch, es stirbt, wenn Bridges stirbt. Sie mag verloren sein. Aber wir haben noch ein regierungswürdiges Amerika. Bitte was? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wichtig ist, dass wir die Arbeit deiner Mutter beenden und Amerika wie geplant wieder aufbauen. Aus diesem Grund gibt es Bridges doch. Also mach den ersten Schritt, Sam. Und bring den Leichnam der Präsidentin zum Verbrennungsofen. Wenn wir nicht alle wieder zusammenkommen, wird die Menschheit nicht überleben. Ich wollte dich losschicken, Sam. Zeit läuft ab. Ich liebe dich, Sam. Ich warte auf dich am Strand. Die Anlage liegt im Südwesten. Vergiss nicht, dass du GD-Gebiet durchquerst. Wir haben den Verbrennungsofen in den Bergen gebaut, damit das Chiralium im Rauch die Stadt nicht erreicht. Wird nicht leicht, einen Leichnam da hochzutragen. Boah, das ist schon irgendwie heftig. Wir überwachen dich rund um die Uhr. Wenn irgendetwas passiert, unterstützen wir dich über die Handschellen. Okay. Alter. Das ist einfach... Das ist einfach heftig. Sam, hier ist Die Hard Man. Dead Man hat die Nutzung der Handschellen erklärt. Ja. Wird sie, um den Verbrennungsofen zu ordnen. Okay, ja dann schauen wir mal, wo wir... Was? Zum Verbrennungsofen zu gelangen wird nicht einfach. Bewege dich und ändere den Blickwinkel deiner Karte um das Gelände besser. Finde einen Weg zu deinem Ziel. Für diesen Auftrag haben wir einige Routenvorschläge für dich ausgearbeitet. Aber letztlich entscheidest du, welche Route du nehmen willst. Okay. Ja. Okay. Also erstmal... Ah. Das sind also die unterschiedlichen Routen hier. Uferroute, Schwierigkeit 2. Eine andere flache Route, die den Flusslauf holt. Sie kürzt die Routen zum Ziel und der Mangelansteiger macht sie zu einer relativ leichten Option. Pass auf, dass du nicht über die großen Steine fährst. Den lang... Okay. Flache Route. Eine Route ist so gut wie eben ist. Dafür musst du einen langen Umweg in Kauf nehmen und mehrere enge Flüsse überqueren musst. Hm. Ja, ich würde sagen, wir machen mal hier... ...Markierung setzen. Und dann da Markierung. So, und wir gehen... ...erst mal da so hin. Okay. Möchtest schon schief gehen. Sam. Ich denke nicht, dass ich dich daran erinnern muss. Aber beim Leichenabtransport zählt jede Minute. 48 Stunden nach dem Herzstillstand wird eine Leiche zu einem neuen GD und macht uns die Hölle heiß. Ja, ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Alter, das mit dem Gleichgewicht ist jetzt aber... Alter, ist das jetzt die ganze Zeit mit dem Gleichgewicht? Okay. Okay. Alter, 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 Alter. Oh, shit. Okay, das ist wirklich... ...ein kleiner G-Simulator. Ja, also... ... Präsidentin Strand war das Symbol des amerikanischen Wiederaufbaus. Obwohl das Land am Boden lag und seine Bewohner in alle Winde verstreut waren, glaubte sie stets an die Möglichkeit einer Wiedervereinigung. Die Menschen gaben die Hoffnung auf Amerikas erneute Auferstehung nicht auf, weil sie an sie glaubten. Wir glauben, dass dieses Land wieder aufgebaut werden kann. Amerika lebt weiter. Zusammen mit Bridgets unsterblichem Geist. Kann ich da nicht einfach mal so ein Auto hier nehmen? Zumindest für ein Teilstück? Okay. Dann werden wir jetzt erstmal hier... ...bleib mal kurz stehen. Ähm... ...ja, dem Fluss hier folgen. Oder direkt über den Berg. Ja, gut. So, lauf mal. Genau so. Nicht umfliegen. Das ist schon ganz cool mit dem Gleichgewicht da. Aber ich glaub, das kann auf Dauer auch ein bisschen nerven. Keine. Komm ab. Okay. Äh, was? Einsammeln? Also, ich kann nichts einsammeln. Okay. Okay. Ah, ich habe das Editing noch nicht gemacht und die erste Episode hochgeladen. Also ich hoffe, ich kriege da keinen Editing. Okay, Wegpunkt A. Soll ich auf der Seite bleiben? Ja, würde ich schon sagen, oder? Also ich habe mal bei GameStar mal den Test... Oh, oh, oh nicht hinfliegen! GameStar mal den Test zu dem Ganzen anschaut, war ja grundsätzlich positiv! Aber da war doch was mit Straßenbauern, so! Ich hoffe, ich weiß nicht, wann das da kommt. Okay, wir gehen jetzt mal da rüber. Oh, 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 oh. Komm, auf da. Okay, wo ist das denn doof? Nicht hinfliegen. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Wie soll man da hinten eigentlich weiterkommen? Was, Igor? Was ist das? Liken? Nein. Ja, wie kann ich das liken? Ah, jetzt. Oh, okay. Alles klar. Okay, schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Ja, das geht da. Hm. Geht er wirklich beim Wasserfall vorbei? Nee. Ich glaube, wir müssen da rechts drauf. Ja, da ist auch die Markierung zäh. Nee. Nee. Nein, 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 nein. Du schaffst das, komm. Äh, 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 äh. Nicht hinfliegen. Oh. Seinein oder andere hilfere Gegendstände leichter finden, ne. Wie Gelände Scanner. Ach, das ist zum Luftanhalten. Was ist das? Alter, 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 Alter. Alter, 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 Alter. Lass sie mal stehen bleiben, bitte. Oh. Das war auch der Igor, so wie es aussieht. Boah, tun wir grad mal liken. Ähm, komm ich da rauf? Okay, geil, danke. Sehr geil. Hm. Okay. Also was X ist, ist doof. Ah, da ist noch ne Leiter. Auch von Igor. Nicht hinfallen. Sehr nice. Okay. Ich würde sagen, da rauf. Äh, äh, äh. Nicht hinfahren. Komm, 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 komm. Ich glaube, ich sollte langsam mal ne Pause machen. So, ähm. Naja, nicht hinfallen. Wir sind soweit on track. Weg. Das Blende ist halt einfach nicht sehr geil. Äh, äh. In den Fall. Nicht hinfallen. Ah, äh, 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 äh. Ja, wunderbar. Äh, äh, äh. Komm, 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 komm. Du schaffst es. Das ist immerhin nur da die Mutter da hinten drauf. Ah, das ist immer so. Das ist der Gedanke, ey. Ja, da ist es ja. Äh, äh, äh. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Da hingehen. Oh. So, wunderbar. Ah, du bist da eingegangen? Ist das da vorne? Ja, aber da hätte man sich ja überhaupt nicht beeilen müssen. Kannst du deine kleine Quadrate speichern? Ja, okay. So, nett hinfliegen. So. Aber wie wollten die da eigentlich mit dem Auto hochfahren? Oh, oh, oh. Yeah. Gut. Je mehr da, umso besser. Dann bleibt das Ganze auch noch geheim. Okay. Ja. Ja. Hallo. Gerne bestätigen. Okay. 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 , okay. Oh, come on. Die Schirale Dichte im Gebiet nimmt schnell zu. Jeden Moment kann schwerer Zeitregen fallen. Komm zurück, sofort. Sam, verbrenn auch die andere Fracht dort. Was ist das? Baby 28. Das war Igors Einheit. Das war mit dir verbunden, als wir dich im Krater gefunden haben. Warum ist das hier? Weil es entsorgt werden soll. Central Nord wurde ausradiert, wie auch unser Hauptquartier, weil dieses Teil nicht funktioniert hat. Steht alles in Igors Protokoll. Aber es lebt noch. Es lässt sich nicht reparieren. Und ohne die Kapsel überlebt es nicht. Hab Mitleid, wenn du willst. Aber der Entschluss steht. Es muss weg. Der Direktor hat das abgesegnet. Die Schirale Dichte 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 Sam! Sam! Hörst du mich? Shit, der Blackout hat wohl die Verbindung gekauft. Sam, wie ist dein Status? Die Chirale-Dichte nimmt weiter zu. Mein Status ist am Arsch. Das sind echt viele. Wahrscheinlich wegen der Leichen, die wir nicht rechtzeitig einlöschern konnten. Das ist in diesem Gebiet wohl so, fürchte ich. Kannst du den Regen aussitzen? Nein. Sie nähern sich meiner Position. Ich muss weg, bevor sie merken, dass ich hier bin. Sam, wenn dich so ein Ding frisst, kommt es zu einem leeren Sturz. Du kehrst zurück, klar. Aber von der Umgebung bleibt nur ein Krater übrig. Ich hab ne Idee. Tut mir leid, Ego. Geh an, du Scheiße. Mann, vielleicht bist du kaputt. Oh, Scheiße. Mann, vielleicht bist du kaputt. Mach dein Leben. Sind jetzt die Teile, die die Fußstapfen dahinter lassen? Ähm, ich kann mich nicht bewegen. Ja, wow, danke. Ähm, das sind ja genau die gleichen wieder. Ähm, ich glaube, ich nehme jetzt mal aus, sonst weiß ich den Weg da. Okay, ich habe ihn gesetzt. Ja, okay. Oh, wenn er dich geduckt und langsam vorbeizt, sind deine Schritte weniger Geräusche, wenn du dann, also wie dukken? Ähm, haltet die Luft an, so könnt ihr das Schwierige entdecken, während du dich bewegt. Vorsicht. Ne, belastbar, kann es euch erschöpft, das muss sehr tief Luft holen. Okay, wir gehen dann mal. Okay, da hinten. Oh, fuck. Ja, wir gehen dann mal da rüber. Oh, okay. Wo sie liegt? Oh, fuck. Alter, scheiße. Okay, kannst du noch mal den Scanner machen, bitte? Alter, wollen sie mich verarschen? Okay, schnell weg hier. Mal hier noch mehr. Fuck, was war das? Was ist das? Okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Oh. Oh, scheiße, was ist das? Okay, scheiße. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Was ist das für eine Scheiße? Oh, what the fuck? Back, 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 back. Back, 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 back. Was ist das für eine Scheiße? So, was ist das jetzt? Oh, ne, shit. Okay, ähm. Wollen wir jetzt ein tolles Scann machen. So, wo sind wir jetzt auf der Karte? Ja, beides gehen auf den Pfad. Alter, ich bin jetzt ja ganz schön ernst mit der Simulation. Heldtasche? Ähm, okay. So, können wir jetzt rennen? Dankeschön. Ja, also die Kollegen da in schwarz. Mit denen, glaube ich, werde ich noch richtig viel Spaß haben. Ah, der Regen hört auf. Moment. Oh, aufpassen hier. Das Kern hier. Da liegt irgendwas. Was bist du? Was auch immer das war. Gut, ich glaube, wir sind fürs erste Safe. Siggi ist wirklich schön. Ja, okay. Der Weg wäre wirklich viel einfacher gewesen. In der anderen war es auch nicht so schwer, aber... Was bist du? Weil ich nicht einsammeln. Okay. Ja, bin schon mal gespannt, wie groß die ganze Karte hier werden wird. Also ist es hoffentlich groß mit viel Abwechslung. Aber dann bitte mit Fahrzeugen. Da war natürlich die Schnellreise verdächtig, ne? Aber das wird irgendwie das Gameplay ruinieren. Ach komm jetzt. Das bisschen Wasser hier. Na ja, aber das mit den Schwarzen, das muss ich noch ein bisschen probieren, dass ich erkennen, wo die sind. Ich meine, klar, das kleine Ding da geht dann voll ab. Aber das war jetzt ein bisschen zu knapp. Sehr gut. Komm, laufen. Süderli. Und diese komischen Barrieren halten die komischen schwarzen Dinger auf? Oder was genau machen die? Äh? Was ist denn hier? Wacht, wie wir bedrohen, kannst du das Gebenquiet von deinem Homebook das beobachten? Okay. Danke für die Hilfe. Wacht um benutzen? Kann ich nicht. Ist ja noch. Äh. Okay. Oh, cool. Ich kann nach oben. Hm. Okay. Ich glaube, mit dem kann ich momentan noch nicht sehr viel anfangen. Willkommen in Capital Nod City. Ähm. Das mit dem EW. Ist das noch eine bestimmte Zeit, weil das jetzt da wieder am Aufladen ist? Komm zurück zum Verteilerzentrum. Ja, aber was glaubst du, was ich mache? Ich bin ja schon de facto da. Oh. Unglaublich, dass es einer von euch geschafft hat. Wenn sich jemand mit Dooms mit deinem Bibi verbindet, führen Gefühle und Erinnerungen zu Rückkopplungen wie bei einem Lautsprecher. Er verstärkt Ängste und Stress und könnte dich an einen Ort befördern, von dem du nicht zurückkehrst. Tut mir leid. Aber dieses Bibi hat zu viel abgekriegt. Die Entsorgung ist alternativlos. Sam, wasch dich und komm dann ins Präsidialbüro. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Bibi, keine Angst, ist okay, ich werde immer bei dir sein. Schlafe einsacht, bald kommt die Nacht, Vater hält wach. Bist er da, Friede Lauf. Okay, dann hätten wir das, wir haben Likes wieder gekriegt. Was? Das waren 3,2 Kilometer, so viel. Okay, Fachzustand, verschiedenes Gesamtspielzeit, 1 Stunde 37. Okay. Sam, ich hab doch gesagt, Dooms und Bibi sind eine gefährliche Kombination. Hm, vielleicht solltest du mal duschen, du bist ja noch voller Chiralium. Du willst doch nicht, dass die Präsidentin dich so sieht. Was erzählst du denn da? Sie ist tot. Hm, du bist wütend, ist deswegen Bibi 28. Leck mich doch, ich bin nicht ein Laufbursche. Tja, jedenfalls verdankt es dir wohl sein Leben. Nein, wir verdanken ihm unser Leben, du auch. Alles klar, ich passe drauf auf. Grüß die Präsidentin von mir. Es wird langsam Zeit, Sam. Hier, das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Oh, Mann. Guten Morgen, Sam. Sam, hier ist DieHardMan. Es gibt hier einen privaten Raum für dich. Bridges Sonderleistung. Nimm dir etwas Zeit und wasch dir das ganze Chiralium vom Leib. Komm danach ins Präsidialbüro. Ja, aber diesen Raum werden wir uns etwas später ansehen, denn wir sind schon wieder an der Zeit. Aber von diesem Raum habe ich schon gehört, dass wir hier ein paar Anpassungen machen können, dass es quasi unser Rückzugsort ist. Aber mehr dazu in der nächsten Episode. Ziemlich aufregend und ja, das mit den Black Guys, das glaube ich hätte es besser gehen können. Da brauche ich definitiv noch ein bisschen Training, aber war cool. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Es gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen unter der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.